Haus am Dom, der Podcast. Herzlich Willkommen zu dem Podcast Wasser eine lebenswichtige Ressource. In diesen Tagen stellte der Bauernverband in Person von Herrn Hupbiet eine Prognose über eine weitere schlechte Getreideernte auf. Wasser wird nicht nur in Deutschland, einem eigentlich sehr wasserreichen Land, knapp, sondern auch in anderen Teilen Europas und der Welt. Wir sprechen heute mit Martin Häusling, Mitglied des Europaparlaments. Er ist selbst Landwirt in Hessen, gelernter Agrartechniker und hat einen Familienbetrieb. Der Kellerwelthof wird seit 1988 nach Bioland-Richtlinien bewirtschaftet. Gut, vielleicht, Herr Häusling, fange ich einfach mal an mit meiner Einstiegsfrage. Ich habe ja ein bisschen mit Landwirtschaft auch zu tun, mit biologischer Landwirtschaft. Wie schlecht geht es den Bauern denn wirklich? Wie schlecht sieht es denn mit unseren Wasserressourcen aus und was alles hat das denn mit der EU zu tun? Also die Situation, das muss man wirklich sagen, da kann ich Herrn Hupbiet auch recht geben. Die ist wirklich dramatisch. Das gibt zwar regional ein paar kleine Unterschiede, aber insgesamt wirklich die Situation eines dritten Dürrejahres hintereinander. Und die Erkenntnis von Herrn Hupbiet, muss man ja auch sagen, ist immerhin schon ein Fortschritt. Ja, der Klimawandel ist gekommen, um zu bleiben. Und das wird ganz erhebliche Auswirkungen haben für die Zukunft. Es sind aber verschiedene Formen der Landwirtschaft unterschiedlich getroffen. Wen es am meisten trifft wieder, das sind die, die sowieso in den letzten Jahren schon in der Agrarpolitik die waren, denen es am schlechtesten geht. Nämlich den viehhaltenden Betrieben, den Milchkuhhaltern, die haben nämlich, die stehen wieder vor verdörrten Weiden und wissen nicht, wie sie ihre Rinder über den Winter bringen sollten. Da helfen auch keine finanziellen Hilfen, das muss man in dem Moment auch mal sagen, weil tatsächlich, es ist kein Futter da, schlicht und ergreifend, jetzt im dritten Jahr schon gar nichts mehr. Und das macht es, ja, macht es wirklich für die Zukunft, lässt das Existenzsorge bei vielen Bauern aufkommen nach dem Motto, wie soll es denn weitergehen? Wenn man mit Niederschlägen rechnen muss, die ja eher an die Sahelzone erinnern, statt an mitteleuropäische Verhältnisse. Also Ältere können sich noch daran erinnern, ich auch, dass es Sommer gab, da konnte man tagelang nicht auf den Acker, weil er so nass war. Das ist pure Historie im Moment, das gibt es gar nicht mehr. Und deshalb muss man sagen, ja, wir sind mittendrin im Klimawandel. Und dann muss man auch sehen, wie können wir denn als Landwirte das meistern und wer hat eigentlich die besseren Antworten? Die Landwirtschaft kann reagieren, sie muss sogar reagieren auf bestimmte Sachen. Aber das ist nicht damit getan, dass man dann sagt, dann versichert euch doch dagegen und dann kann die nächste Krise ruhig kommen. Und damit sind wir ja eigentlich schon auch bei unserem Thema, der Wasserschutzrichtlinie. Können Sie da bitte mal einfach erklären, was sie sagt und warum Deutschland so lange dagegen verstößt und wie realistisch die Strafzahlungen sind, die jetzt kommen? Es geht dabei um die Nitratrichtlinie der Europäischen Union. Das heißt, wir haben im Grunde genommen, gegen die verstoßen wir seit 20 Jahren, so alt ist die Richtlinie nämlich. Wir haben in vielen Regionen schon seit langem viel zu hohe Nitratwerte, Nitratwerte im Grundwasser. Und die Ursachen sind eigentlich auch seit langen Jahren klar. Das sind besonders die Regionen in Deutschland, wo eine intensive Tierhaltung stattfindet oder aber auch, wo sehr viel mineralischer Stickstoff gedüngt wird bei Böden, die im Grunde genommen den Stickstoff gar nicht halten können. Das heißt, da sind auch in Gemüsebauregionen, wie zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, im Rheintal oder in Weinbauregionen, auch da haben wir ein massives Problem. Und diese Nitratrichtlinie schreibt eigentlich vor, dass im Grunde genommen der Richtwert von 50 Milligramm Nitrat im Wasser nicht überschritten werden darf. Und wir haben immer noch die Situation, immer noch in Deutschland, dass 25 Prozent der Wasservorkommen mittlerweile über 50 Milligramm Nitrat haben. Und deshalb hat die Europäische Union jetzt endlich, muss ich sagen, endlich den Geduldsfaden verloren und hat Deutschland angedroht, Strafzahlungen Deutschland aufzuerlegen, wenn nicht dafür gesorgt wird, dass weniger Stickstoff auf die Felder kommt. Das war ein langes, zähes Ringen. Ob das, was jetzt beschlossen wurde, ausreicht, wage ich mal dahingestellt zu lassen, weil ich glaube, das reicht nicht aus. Weil wir haben, das ist nicht nur ein Wasserproblem, sondern auch ein Klimaproblem, eine wesentlich überhöhte Stickstoffdüngung. Also auf jeden Hektar in Deutschland haben wir einen Stickstoffüberschuss von 50 Kilogramm pro Jahr im Schnitt. Und das ist gewässerökologisch fatal, also nicht nur fürs Grundwasser, auch für Oberflächenwasser. Und das ist auch klimapolitisch fatal, weil das kann auf Dauer nicht so bleiben. Nun haben ja die Bauern sehr viel gejammert nach dem Motto, ach, dann ernten wir nicht mehr so viel und dann können wir keinen Qualitätsweizen erzeugen, dann können wir kein Brot mehr backen. Ich halte das alles für völlig vorgeschobene Argumente. Wir erzeugen als Biobetriebe genauso backfähiges Material wie die konventionellen Kollegen. Vielleicht passt das nicht so gut in industrielle Prozesse, aber es geht auf jeden Fall. Und der zweite Punkt ist, wir haben ein exorbitant hohes Ertragsniveau in vielen Regionen. Und das hängt damit zusammen, dass wir in vielen dieser Regionen einfach schlichtweg die Exkremente der Tierhaltung auf die Felder in dermaßen großen Massen streuen, sprich Gülle. Dass das auf Dauer nicht so bleiben kann. Also diese Nitratbelastung hängt auch mit überhöhten Tierzahlen in vielen Regionen zusammen. Vielleicht nochmal, wir hatten ja jetzt im letzten halben Jahr doch immer wieder Bauernproteste. Wir haben viele Trecker auf den Straßen und in den Städten. Da ging es ja unter anderem auch um die Düngerichtlinie. Zeigt sich denn jetzt, dass bei Biobauern die Situation grundsätzlich besser ist, dass die besser auch damit klarkommen, auch mit den Vorgaben der EU? Beziehungsweise sind die Bauernproteste denn trotz der Tatsache, dass diese Düngerichtlinie jetzt kommt, berechtigt aus Ihrer Sicht? Also ich muss sagen, ich habe diese Bauernproteste auch mit Verwunderung gesehen. Sie richtet sich ja nicht nur gegen die Düngeverordnung, sondern sie richtet sich ja allgemein gegen zu viele Umweltauflagen. Und ich glaube, hier sieht man, dass man die Landwirte über Jahrzehnte, muss man fast sagen, in ein System getrieben hat, aus dem sie jetzt nicht mehr rauskommen. Und dieses System heißt, produziert Masse und produziert billig. Ja, und wenn ein Bauer in dem System nicht mehr mithalten kann, dann hat er wirklich verloren. Und was doch jetzt berechtigt wäre, zu sagen, wo liegen eigentlich die Probleme der Bauern? Liegen die jetzt wirklich nur an Umweltauflagen, die ja berechtigt sind, weil die Gesellschaft muss ja reagieren? Es kann ja nicht so weitergehen, weil Trinkwasserschäden bezahlt nachher der Verbraucher und nicht der Landwirt, der sie verursacht hat. Es ist ja nicht nur die Umwelt ein Opfer dieser Agrarpolitik, sondern es sind ja in erster Linie die Bauern ein Opfer dieser Agrarpolitik. Wir haben innerhalb von zehn Jahren 30 Prozent der Milchbauern verloren. Und wir haben seit 1990 über die Hälfte aller Landwirte in der Europäischen Union verloren. Und wenn man das System natürlich in Frage stellt, da frage ich mich ja, was treibt die Bauern denn auf die Straße? Das liegt ja nicht, dass wir die Bauern verloren haben seit 20 Jahren an hohen Umweltauflagen, sondern es liegt an diesem ruinösen Preiskampf. Es liegt an sozusagen diesem wachsenden oder weichen Druck, gegen den man sich ja nicht gewährt hat. Ich sage immer, die Bauern sind ja selber ein Opfer dieses ganzen Systems, aber sie haben es auch nie in Frage gestellt. Sondern sie haben immer gedacht, wachsender Weichen, naja, mein Nachbar weicht und ich bleibe. Und jetzt müssen sie selber weichen und sehen dann, huch, da stimmt ja was nicht. Aber der Protest, da steht auch die Agrarindustrie hinter, richtet sich jetzt leider in die falsche Richtung. Sondern es geht jetzt, man hat den Rücktritt von Frau Schulze gefordert, der Umweltministerin und da wird die Wut hingeleitet. Aber man fragt nicht mehr, was zum Beispiel der Bauernverband in den letzten 20 Jahren falsch gemacht hat oder die doch größtenteils konservativen Agrarminister, sondern das System wird nicht hinterfragt und das halte ich für einen Riesenfehler. In den Anfängen der EU-Agrarpolitik ging es ja darum, mehr Sicherheit für die Ernährung einer wachsenden industriellen Bevölkerung in den 50er, 60er Jahren zu sichern und auch den Bauern bäuerliche Existenzen zu sichern, weil Agrarwirtschaft nun mal ein sehr volatiles, wetterabhängiges Geschäft ist. Und nun sind immer mehr, auch wie Sie gerade gesagt haben, mehr bäuerliche Existenzen bedroht. Durch ein System, das ja auch global sich aufstellen will, muss Deutschland überhaupt Agrargüter exportieren. Deutschland exportiert doch in allen anderen Bereichen schon so viel. Müssen wir unbedingt Tiere oder Fleischteile nach China oder in alle Welt schicken? Ja, das ist da wieder die berühmte Systemfrage. Also ich finde sozusagen, die Weichen sind dann völlig falsch gestellt worden, als man gesagt hat, im Zuge des Liberalisierungswahnsinns Anfang des Jahrhunderts sollte ja alles nur den Marktgesetzen unterworfen werden. Und da hat man gesagt, Bauer, produziere für den Weltmarkt und du kriegst den Preis, der da irgendwo am Markt entsteht. Und die Bauern haben es tatsächlich geglaubt. Und man hat an kleinen Bauern im Odenwald oder im Vogelsberg eingeredet, sie könnten mit den großen Strukturen in den USA oder mit Megabetrieben in Brasilien oder Neuseeland plötzlich konkurrenzfähig sein. Ja, und man hat dann gesagt, die Europäische Union, okay, bis ihr euch angepasst habt, dann kriegt ihr ein bisschen Geld von der europäischen Kasse und bis dahin habt ihr den Strukturwandel dann abgeschlossen. Das war tatsächlich das Argument. Ich erinnere mich noch gut an die Diskussion. Und dann haben die deutschen Bauern auch produziert. Wie auf Teufel komm raus. Wir haben ja die Schweineproduktion in den letzten 20 Jahren massiv gesteigert. Also es geht in den Fleischbereich. Fleisch und Milch, das haben wir gesteigert. Wir haben aber, zum Beispiel sind wir heute zu 75 Prozent abhängig von Importen. Deutschland ist von Importen von Gemüse abhängig. Wir produzieren fast kein eigenes Gemüse mehr, Obst. Und all das haben wir in den letzten Jahren abgegeben. Wir haben uns in Deutschland und auch in weiten Teilen der Opas, Nordeuropas, darauf legt, Fleisch in Massen zu produzieren. Und das ganze System muss man in Frage stellen. Weil wir sind Exporteur, das ist richtig, aber wir sind gleichzeitig, wobei gesehen, der größte Importeur. Das heißt, wenn ich mal eine Bilanz ziehe, importieren wir viel mehr, als wir exportieren. Nur wir exportieren sozusagen die Edelteile und importieren gigantische Mengen an Soja. Soja ist der Treibstoff der Massentierhaltung. Und ich habe ja nun die Gelegenheit, so ein paar Mal gehabt, in Südamerika zu sein. Und Südamerika produziert allein auf 22 Millionen Hektar Soja für die Europäische Union. Und nur deshalb können wir hauptsächlich Fleisch produzieren. Und das ist ein gigantisch verschwenderisches System. Und das muss man hinterfragen. Und ich bin sehr wohl dafür, dass wir Landwirtschaft fördern. Aber dass wir dann Landwirtschaft fördern in regionalen Kreisen und einer angepassten Produktion. Niemand kann behaupten, wir könnten jetzt nicht hier selber auch Eiweiß erzeugen, um damit Tiere zu füttern. Das können wir sehr wohl. Aber wir profitieren davon, dass unter katastrophalen Bedingungen in Südamerika für den halben Preis Soja. Ich komme nachher nochmal auf die regionale Haltung und auf die regionale Landwirtschaft zurück. Aber mich würde nochmal interessieren, können wir uns unter Berücksichtigung der verschiedenen Probleme, die es ja gibt. Antibiotika, Tierschutz, Tiertransporte, Gülle, Grundwasserschutz und die Zustände in den Schlachthöfen, wie wir jetzt mitbekommen haben. Die Massentierhaltung, von der wir eben ja auch kurz gesprochen haben, überhaupt noch leisten. Gibt es denn ein Recht auf billiges Fleisch? Muss es denn so sein? Nein, es gibt kein Recht. Zumal das billige Fleisch ja gar nicht so billig ist. Es gibt eine Studie, die aus England damals sehr viel Aufsehen erregt hat, dass ungefähr die Schäden am Wasser, um die 60 Milliarden Euro, die in Europa allein entstehen, dass man wassertrinkfähig machen kann, ungefähr der Subventionierung der Landwirtschaft in Europa entspricht. Und sozusagen, wir haben viele Probleme damit, dass wir in vielen Regionen Trinkwasser aufbereiten müssen und dass die langfristige billige Fleischproduktion natürlich damit zusammenhängt, dass wir massenhaft Antibiotika einsetzen. Zugegebenermaßen ist es zurückgegangen, aber wir verwenden heute in der Mast, in der Tiermast, genauso viele Antibiotika wie im ganzen Humanbereich. Nur damit wir Puten, Hühner und Schweine schneller Fett kriegen. Und das ist ein Problem, was als zickende Zeitbombe vor uns hergetragen wird. Also vielleicht würden wir irgendwann mal denken, ach Corona war ja Fliegenschiss dagegen, wenn wir in 20, 30 Jahren keine Antibiotika mehr haben, die für den Menschen noch einsetzbar sind. Und ich glaube, das sind Folgen einer Billigproduktion und wir haben die gesellschaftlichen Folgekosten nicht eingepreist. Deshalb ist dieses Billig eigentlich das Teure. Und das muss man auch dem Verbraucher klar machen. Natürlich ist es reizvoll, sich ein Steak zu kaufen, was genauso teuer ist wie der Kopfsalat daneben. Aber das ist Wahnsinn. Widerspricht nicht die industrielle Tierhaltung dem Tierschutzgesetz? Müsste es da nicht eine Klage geben? Ja, wir haben ja den Tierschutz sogar im Grundgesetz vereinbart. Und wenn ich mir jetzt die Diskussion von gestern und heute sehe, Frau Ministerin fordert das Gassigehen von Hunden zweimal am Tag und ein großer Ausschrei. Ja, das ist schön, dass die Frau Ministerin sich um die Hunde, um deren Ausgang kümmert. Aber wir haben gleichzeitig Millionen von Schweinen, die gehalten werden unter Bedingungen, die permanent dem Tierschutz widersprechen. Und da werden auch keine Tierwohlaktionen jetzt helfen. Ich sage mal, was ja viele Verbraucher gar nicht wissen. Die Frage, wie viel Platz hat eigentlich ein ausgewachsenes Mastschwein heute in einem Stall? Das sind 0,7 Quadratmeter auf Betonspaltenböden. Das muss man sich immer mal, jeder weiß, wie groß sein Bett ist. Das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt der Vorschlag, die haben jetzt mehr Platz, dann reden wir über 0,9 Quadratmeter. Betonspaltenböden für Schweine. Und das ist, wer ein Schwein kennt, und wir haben ein paar, die glücklicherweise aus Stroh leben dürfen, der weiß, dass das eine permanente Verletzung sozusagen der Bedürfnisse der Tiere ist. Und jetzt sagt man, ja, wir können das nicht ändern, weil wenn wir es besser machen, dann kommt der Import aus der Ukraine oder weiß ich was. Und deshalb müssen unsere Bauern so produzieren. Ich habe immer als Gegenbeispiel, wir haben auch eine Diskussion gehabt, dass alle Hühner in Käfigen eingesperrt waren und da damals auch gesagt wurde, das geht nicht anders und wir können das nicht ändern. Und dann hat die Europäische Union dieses Verbot der Käfighaltung durchgesetzt. Und siehe da, wir haben noch genügend Eier und wir haben mehr Hühnerhalter in Deutschland, als wir vorher Hühnerhalter hatten, weil viele heute so ein kleines Hühnermobil haben. Also es geht anders. Es fehlt allein am politischen Willen, das auch wirklich ernsthaft durchzusetzen. Ich sagte ja vorhin schon, ich möchte auf die regionale Landwirtschaft nochmal zurückkommen. Ist es nicht so, dass die Verbraucher nicht mehr regionale Lebensmittel fordern müssen und würde das nicht auch unserer regionalen Landwirtschaft helfen, also dass mehr Bauern auch mehr produzieren können hier in der Region, dass man aus großen Feldern vielleicht kleinere Schläge macht, um da zum Beispiel den Gemüseanbau zu forcieren, dass halt Städte wie Frankfurt auch aus dem Umland ernährt werden können? Ist das möglich? Also für mich macht regional nur dann Sinn, wenn es an eigenen Produktionsbedingungen gekoppelt ist, am besten regional und bio. Weil, ne, ja, aber es gibt ja heute oftmals die Sprüche nach dem Motto, regional ist das neue bio. Es gibt auch einen anderen Spruch, der sagt, wenn ich regional verseuchtes Gemüse einkaufe, dann weiß ich, wie es herkommt. Also wir müssen auch die Produktionsstandards für regionaler Ware verbessern, sonst haben wir nichts davon. Und klar, es macht Sinn, dass man zum Beispiel Städte wie Frankfurt könnten sich durchaus ihr Gemüse aus der Umgegend holen. Wir haben ja eigentlich die Produktionsvoraussetzungen in der Wetterau und im Ried für Gemüseproduktion. Das ist die besten Voraussetzungen. Und was machen sozusagen die Bauern rund um Frankfurt? Die bauen Zuckerrümen an, ne? Das ist ja der Punkt in der Wetterau. Also es wird nicht für den Markt produziert, sondern es wird für Südzucker produziert. Und das hängt damit zusammen, dass natürlich auch, und da gehören zwei Seiten zu, das ist richtig, gehört der Verbraucher dazu, der in den letzten Jahren zu wenig darauf geachtet hat. Aber man hat auch die Verarbeitungsstrukturen natürlich nicht mehr vor Ort. Also das ist ein Riesenproblem. Kann ich selber als Biolandwirt sagen, als wir angefangen haben, biologisch zu produzieren, gab es keine Biomolkerei. Wir haben heutzutage enorme Probleme, einen kleinen Schlachthof zu finden, einen regionalen Metzger. Und im Gemüsebereich brauchen wir halt auch eine Aufbereitung, die nicht nur eine Fabrik quasi als Maßstab hat. Und wir müssen wirklich ganz gezielt in diese Strukturen rein investieren. Dazu könnten die Städte natürlich helfen, wenn sie dann für die Bauern, die so einen Schritt gehen, oder für so einen kleinen Händler, dann auch sicherstellen, dass alle Kantinen, alle Schunkantinen, also Kindergärten, in Frankfurt dann als Abnehmer kommen. Und das, sage ich mal ganz ehrlich, das ist für Bauern ein Problem. Jetzt produziert mal, ist ja schön, das machen auch etliche Bauern, aber sie wollen auch eine Sicherheit haben, dass dann die Ware auch regional abgenommen wird. Und dass man verlässliche Partner hat, die in den Städten auch dafür sorgen, dass die Ware dann da auch an den regionalen Markt und an den regionalen Verbraucher kommt. Da gibt es ja im Moment eine ganze Menge Bestrebungen von vielen Institutionen, die da auch aktiv sind. Beispielsweise auch die Ernährungsräte, die in Deutschland da ja aktiv sind. Aber müssen wir da nicht auch dafür sorgen, dass nicht immer mehr Flächen quasi versiegelt werden, dass immer mehr Flächen wegfallen. Auch Flächen um Frankfurt werden jetzt wieder diskutiert, um neue Gewerbegebiete aufzubauen. Brauchen wir nicht diese Flächen letztlich vielleicht für unsere zukünftige Ernährung? Ist das nicht zu kurz gedacht von den Menschen, die da in Wirtschaftsförderung und IHK sitzen? Ja, ich meine, man wundert sich seit Jahren sozusagen, dass ja gerade auf den besten Böden, ob das Wetterau ist oder bei uns, baut man gerade die Autobahn A49 durch einen der fruchtbarsten Gegenden im Schwalmeda-Kreis. Da werden Autobahnauffahrten geplant, 20 Hektar Umfang, wo man dann nur dabei steht und sagt, können wir uns das eigentlich noch leisten? Oder muss man unbedingt ein Verteillager eines großen Lebensmittelkonzerns, ich will jetzt keinen Namen nennen, auf den besten Böden in der Wetterau ansiedeln? Und das hängt aber mit dem System zusammen, was wir uns aufgebaut haben. Nach dem Motto, heute bestellt, morgen geliefert. Und ländliche Räume und stadtnahe Räume verkommen zunehmend zu Logistiklagern. Und man muss Boden dann teurer machen. Und man muss wegkommen davon, dass Kommunen sich eine goldene Nase verdienen, wenn sie ihren Landwirten das Land abkaufen und dann Logistiker draufsetzen. Und da gäbe es genügend Handlungsmöglichkeiten. Aber als erstes, glaube ich, müssen wir auch wirklich klar machen, gerade wir in Mitteleuropa haben die besten Voraussetzungen, in Zukunft sozusagen uns selber zu ernähren. Und wir gehen damit um mit dem Boden, als hätten wir eine endlose Ressource. Und die Endlichkeit vom Boden, die muss, glaube ich, vielen Kommunalpolitikern mal wieder klargemacht werden. Dass so eine regionale Versorgung geht, zeigen aktuell die Stadt Kopenhagen, die ja nicht nur fahrradfreundlich ist, sondern die, wo die Stadt gesagt hat, wir wollen unsere kommunalen Kantinen mit der regionalen Landwirtschaft versorgen, vornehmlich auch Bio. Und dann war es für die Landwirte aus der Region ein Geschäftsmodell. Ich möchte aber noch mal auf etwas anderes zurückkommen. Und zwar auf die europäische Agrarpolitik, die Sie ja nun schon lange mitbegleiten. Wie müsste eine zukunftsfähige Agrarförderung aussehen? Und wie ließe sie sich europäisch durchsetzen? Wenn man die Landwirtschaft in den Zertifikatehandel mit einbeziehen würde, also wirklich nur für die Landwirtschaft, dann würden die, sagen wir mal, die hochemissive, also die Landwirtschaft, die viele Emissionen, es sind ja nicht nur CO2, sondern auch Methan und Stickstoff und all diese Sachen, die sind ja alles klimaschädliche Gase. Wenn man die bepreisen würde, und wenn man dann die Landwirte, die dann das in den Boden holen, denn Humusaufbau speichert klimaschädliche Gase, dass sie dann daraus aus diesem Zertifikatehandel auch noch mehr bekommen. Also ich mache da aus meinem Herzen keine Mördergruppe, ich bin gegen diesen Zertifikatehandel in der Landwirtschaft. Weil das wird schon lange diskutiert und ich kenne dann einige Spitzfindige, die dann sagen, okay, dann schmeißen wir jetzt die Holzkohle in den Boden, erhöhen damit unseren C-Wert im Boden. Das ist kein Humus, aber es erhöht sozusagen den Dauerhumus-Anteil nach den Messmethoden. Und dafür lasse ich mir dann Geld geben. Und das ist auch nicht nachhaltig. Ich mache jetzt seit über 30 Jahren ökologische Landwirtschaft und ich weiß, wie mühsam es ist, Humus aufzubauen. Und dann kommt es ja natürlich immer darauf an, wo bin ich gerade, ob ich einen fetten Boden in der Wetterau habe oder einen Sandboden irgendwo oder sitze auf dem Moorboden. Völlig unterschiedlich. Moorboden würde er dann am besten abschließen, weil er hat ganz viel Humus. Und wie will ich das bewerten? Wenn ich einen Sandboden mit Humus anreiche, habe ich wahnsinnig zu tun. Also ich halte nicht viel davon, weil auch diese ganzen Zertifikate handeln. Da brauche ich ein Kontrollsystem, dann brauche ich wieder jemanden, der das nachmisst und ich muss es dann irgendwie bewerten. Das ist ein Unterschied zu dem, wenn ich einen CO2-Preis auf Fahrzeuge oder auf Heizöl oder irgendwas mache. Das ist was ganz anderes. Aber ein Boden lässt sich das nicht so einfach umsetzen. Wenn es darum geht, wie können wir eine nachhaltige Landwirtschaft insgesamt fördern, dann denke ich, dann müssen wir in Europa als erstes davon wegkommen, dass wir zwei Drittel der Gelder einfach ausgeben, auf der Grundlage von Hektaren. Also hast du einen Hektar, kriegst du Geld von der Europäischen Union. Ob du da ein Schaf drauf hältst oder ob du da 200 Schweine drauf hältst, ist völlig egal. Du kriegst Geld. Und die Maßstäbe dafür sind einfach, du musst als Landwirt Gesetze einhalten. Das ist schön, aber es hat keine nachhaltige Wirkung. Nun hat man schon viel versucht mit Greening, also Maßstäbe, aber all das ist schief gegangen. Ich bin dafür, dass wir die Gelder individuell ausgeben. Also wir schauen uns den Bauern an und bewertet sozusagen den Betrieb. Hat der Betrieb genügend Flächen, Naturflächen, hat der genügend Hecken angelegt? Macht der eine nachhaltige Fruchtfolge? Und all das, da gibt es auch eine Idee eines sogenannten Punktesystems. Wir bewerten den Betrieb und der Betrieb kriegt dann für seine Umweltleistungen, bekommt er dann Geld aus der Europäischen Kasse. Und weg von dieser Pauschalierung, wo am Ende des Tages natürlich nur die mit ganz vielen Hektar auch ganz viel profitieren. Warum hat sich denn die Aldi-Stiftung jetzt in Thüringen einen 6.000-Hektar-Betrieb bekauft? Die kriegen allein schon Hunderttausende von Euro aus der Europäischen Kasse. Muss das sein? Also das muss man mal kritisch hinterfragen. Also man macht es sich dazu einfach in Europa und das ist Geld mit dem Hubschrauber ausgestreut, übers Land gestreut und es bringt eigentlich nichts, sondern wir müssen das Geld, was wir haben, gezielter ausgeben. Und das geht, nur ist die Frage, ob das politisch gewollt ist und da habe ich meine Zweifel. Ja. Herr Häusling, wir sind ja mit Wasser gestartet, Wasser, lebenswichtige Ressource. Meine Frage nochmal, welche Strategien für ein regionales Wassermanagement gibt es zurzeit, vor allem jetzt im Hinblick auf die immer trockneren Sommer? Also was ist mit Wasserspeichernden Böden? Was sollte man machen? Oder sind die Biobauern hier die besseren Bauern letztendlich, weil sie schon mehr machen und weil sie sich vielleicht auch mehr durch den Hitzesommer durchbewegen? Ja, das ist auch, das ist keine einfache Antwort darauf möglich. Man muss das auch wieder sagen, in der Region sehen. Also ich selber habe zwei Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren, letzten drei Trockenjahren. Zwei Sachen wachsen am besten. Mais und Luzerne. Also das ist tatsächlich so, man kann den Mais verfluchen, wie man will, aber die Zunahme des Maisanbaus hat damit auch zu tun, dass der Mais komischerweise mit dem gegenwärtigen Niederschlägen am besten auskommt. Also das ist so. Und auf der anderen Seite, dass wir für schützenswert haltende Grünland am meisten Probleme hat mit wenig Wasser. Grünland braucht mindestens mindestens 600, am besten 1600 Millimeter Wasser, um richtig zu wachsen. Und deshalb leiden, das habe ich am Anfang auch gesagt, die Grünlandregionen am meisten unter der Trockenheit. Am wenigsten leiden die, die auf den fetten Böden Mais anbauen. Das ist tatsächlich so. Das muss man dann auch bewerten in der Diskussion. Aber um nachhaltig, guten Boden zu haben, und das hat man in den letzten Jahren auch gemerkt, wenn jetzt gerade bei den kurzfristigen, heftigen Niederschlägen, wo ist denn der Acker weggeflossen? Da, wo er nicht bedeckt war und wo die Bodenstruktur kaputt war. Und wir müssen viel in den Boden investieren. Und da sage ich, da ist zum Beispiel der Feldfutterbau, wie wir ihn machen, mit Luzerne, Kleegras. Danach ist eine wunderbare Bodenstruktur da. und wir haben nicht das Problem mit Bodenverdichtung, wo das Oberflächenwasser schnell abrauscht. Wir brauchen, wir müssen mehr Zwischenfrüchte anbauen, sagen, dass die Flächen dauerhaft begrünt sind. Und alles das ist sozusagen, für jeden Landwirt muss man da auch wieder schauen, was ist in seinem Betrieb das Beste. Aber es wird nicht so sein, dass was jetzt auch der Bauerverband fordert, wir müssen jetzt einfach mehr Bewässerungssysteme aufbauen. Wenn bei uns in der Region darf ich auch gar kein Grundwasser, gar kein Wasser mehr entnehmen, weil insgesamt überall zu wenig Wasser ist, das ist auch keine Antwort. Man sieht es ja im Ried in Hessen, je mehr ich da oben drauf puste, desto weniger wird es unten an eine Grundwasserneubildung gehen. Also das kann keine Lösung sein. Aber es gibt keine einfachen Antworten darauf. Und es wird so sein, ich war jetzt im Sommer in Ostdeutschland, in bestimmten Regionen müssen sich Bauern die Frage stellen, ist überhaupt eine Form, wie wir sie jetzt betreiben von Landwirtschaft da noch möglich? Bei 300 Millimeter Niederschlägen, das sind steppenähnliche Verhältnisse. Da kann ich den Kollegen auch nicht sagen, ich habe da mal eine tolle Idee, mach mal ökologische Landwirtschaft. Ökologische Landwirtschaft leidet genauso unter der Trockenheit wie konventionelle. Nur wir halten vielleicht einen Tick lang länger durch. Ich war auch in diesem Sommer in Brandenburg und habe gesehen, was da passiert. Habe unter anderem auch einen wunderbaren Solarpark gesehen, der biodivers ist und eine kleine Gemeinde, die sagt, wir möchten bis 2025 klimaneutral sein. Also es geht schon, aber es ist eine kleine Gemeinde. Aber trotzdem, das große Problem in Brandenburg ist eben die Verbraunung der Spree mit Sulfat und Eisen als Folge der Kohle, des Kohleabbaus. Jetzt möchte man dort ein Ostseenland schaffen. Die Radwege sind da, die touristische Infrastruktur ist da, aber das Wasser ist nicht da. Das ist das große Problem und darunter leidet der Spreewald, eigentlich auch wirklich eine Biodiversitäts- und Tourismusregion allererster Güte. Und das schlechte Grund, das schlechte Spreewasser geht natürlich auch nach Berlin. Ich wundere mich, dass die Berliner sich dann nicht aufgeregt haben. Und vielleicht als Frage zum Schluss möchte ich dann auch nochmal, dass wir beim Wasser bleiben. Brauchen wir irgendwie neue Wasserspeicher wie kleine Talsperren oder künstliche Seen? Oder was ist da überhaupt noch denkbar? Denn irgendwann, in den letzten Wochen hat es hier in Rhein-Main eigentlich ganz gut geregnet. Oder zu wenig. Zu wenig. Aber heftig dann auf einmal. Ja, bei uns hat es letzte Woche auch mal kurz und heftig geregnet. 40 Liter in einer Stunde. Also das ist ja dann schade, wenn alles Wasser, was dann so dann gefehlt, Wege runterkommt oder so, das ist weg. Uns ist nicht der berühmte Landregen, der so schön in den Boden einsickert, sondern da in manchen Regionen fließt es einfach oberflächlich ab. Das ist schade. Ja, wir müssen uns Gedanken machen, wie man gerade in den Oberläufen der Flüsse und Bäche auch Wasser speichert. Da kommen ja zwei tragische Probleme jetzt zusammen. Wenn ich hier aus dem Fenster gucke, schaue ich auf den Kellerwald und sehe, dass wir gerade ein massenhaftes Absterben von Fichten, aber und das ist das eher Tragische auch von Buchen haben. Also die Wälder in den Oberläufen der Bäche und Flüsse verlieren gerade ihre Wasserspeicherfunktion. Und ich bin immer ein bisschen entsetzt, sage ich ehrlich, wenn ich dann sage, okay, wir haben jetzt eine Fläche, die ist größer als das Saarland, wo kein Baum mehr steht und das kommt dann an Rang 10 einer Meldung in der Tagesschau oder so. Das ist eigentlich auch die zweite Katastrophe, die wir haben. Wir verlieren die Wasserspeicherkapazitäten. Und natürlich könnte man das jetzt auch irgendwie technisch lösen. Und das ginge auch, aber auch darauf wird zu wenig geachtet. Ich sage mal jetzt, vielleicht passt das nicht ganz zu dem Thema. Ich war vorgestern in der Rhön und da gibt es noch eine Menge an den Oberläufen der Bäche, noch viele kleine Wasserkraftwerke. Und die will man jetzt sozusagen stilllegen, wenn man sagt, die Bäche müssen durchgängig sein. Dann sollen die jetzt die Wehre abbauen, die Schleusen sozusagen von ihren Teichen öffnen. Ich habe dazu eine sehr eindeutige Meinung. Ich finde das total Quatsch. Gerade diese alten Wasserkraftwerke mit ihren teilweise Speichernfunktionen haben eine enorme Bedeutung für die Ökologie dieser kleinen Bachtäler. Und wenn ich dir jetzt sage, macht jetzt mal die Bachtäler wieder durchgängig, führt das nur dazu, dass das Wasser schneller durchrauscht. Also das ist noch ein anderes Thema. Könnte man gerne mal was zu machen. Aber ich finde, das passt irgendwie gerade so überhaupt nicht in die Zeit. Da muss ich jetzt wahrscheinlich damit mal beschäftigen, wie kann man tatsächlich dafür sorgen, dass Wasser möglichst lange in den Regionen gehalten wird, bevor es dann irgendwo an Frankfurt vorbeirauscht. Ich kenne kein Land in Europa, wo es diese Diskussion um eine zukünftige Agrarpolitik so gibt wie in Deutschland. Das ist hier ein richtig breites gesellschaftliches Thema, weil die Leute auch jetzt nach Corona und Tönnies und so tatsächlich auch gemerkt haben, huch, was haben wir eigentlich dafür ein System etabliert. Die Diskussion ist in anderen Ländern noch lange nicht so weit. Also gerade in Osteuropa freut man sich eher über die Agrarsubventionen, aber fragt gar nicht, wie und wer. Und deshalb hat Deutschland gerade jetzt mit der Ratspräsidentschaft eine besondere Verantwortung. diese breite Bewegung in Deutschland, ob das Ernährungsräte sind, ob das diejenigen sind, die in Berlin immer auf die Straße gehen zur Grünen Woche und die vielen Umwelt- und Tierschutzverbände, dass deren Anliegen auch in Brüssel Gehör finden und nicht nur diejenigen, die sagen, wir müssen möglichst breites Geld verteilen. Ja, Herr Häuslinger, auch ich möchte mich bedanken für das Gespräch und vielleicht auch gerade mal noch dazu, am 30. August werden wir ja in Koblenz demonstrieren. Die, wir haben es satt, Demo wird in Koblenz stattfinden und mal gucken, wie viele Leute da zusammenkommen und ob wir da nicht doch wieder ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen und mehr Bürger dazu bekommen, jetzt für die neue, für eine neue Agrarwirtschaft, für die Agrarwende einzutreten. Vielen Dank. Vielen Dank.